Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte meine ersten Erlebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Scheint sich zu lohnen, so eine Professur. Du könntest ein paar Vitamine gebrauchen. Für mich echt? Nur nicht mit erwischen lassen. Essen ist hier nicht erlaubt. Okay. Ich hab alle noch. Komm, ich nehme dir was ab. Na, deine Klausuren machen bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Ruf zu Eckfurt. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch daran gedacht haben. So einen Handel kannst du noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Eckfurt's Büro natürlich. Wir brauchen die dreiーん. Wir brauchen die drei Klausuren, die zwei Klausuren und die drei Klausuren haben. Wir brauchen die drei Klausur. Wir brauchen die drei Klausuren. Das ist der Kussur, das ist der Klausuren. Bis zum nächsten Mal.